Und das ist Rambo 2G, wieder ein Rainbow, da kann man das auch schon gut sehen, der Farbverlauf, also der Kamera natürlich nicht, er hat schon alle Farben am Bauch, schlau, grün, gelb, da ist Rambo 2G, da, du darfst schon ein bisschen wachsen, aber in einer Woche bist du auf jeden Fall fertig, und dann bist du nicht mehr hier, ja, Rambo, auch wieder ein Hahn,